Miteinander reden, natürliche Gespräche in unserem Leben. Was sind natürliche Gespräche oder was bezeichne ich an dieser Stelle als natürliche Gespräche in unserem Leben? Natürliche Gespräche, das ist sicherlich keine Psychotherapie, das ist auch keine Beratungsarbeit, das ist auch keine Seelsorge oder Lebenshilfe oder ein Coaching oder was auch immer, sondern natürliche Gespräche, die Menschen miteinander haben, immer wieder miteinander haben. Also ein Raum des Kontinuums, wo man immer wieder zum Gespräch kommt, wo man immer wieder zum Gespräch geradezu findet, würde ich sagen, wo man sagt, wir sitzen jetzt hier in der Küche oder wir sitzen im Wohnzimmer, vollkommen locker und auch zwanglos, natürlicherweise, also nicht in einem Set, das man verabredet, wie zum Beispiel bei dem Thomas-Gordon-Konzept, Familienkonferenz und so weiter, wo man das natürlich auch machen kann, sondern eben locker und natürlicherweise, das ergibt sich. Ich würde sagen, diese natürlichen Gespräche sind Bestandteil unseres Lebens. Und dann sitzen wir am Tisch und dann flackert es im Kamin und das Holz brennt. Oder der Tee wird gerade getrunken, was auch immer dann der Anlass oder das Ambiente ist, das drumherum ist. Und wir finden dann zueinander, indem wir uns austauschen, indem wir uns frei austauschen als Menschen. Und das sind natürlich ganz oft Partnerschaften, die das tun. Da habe ich ein Glas Bier getrunken oder einen schönen Rotwein getrunken oder eben einen Tee getrunken. Und dann finde ich im Gespräch zueinander und dann fällt dir was ein und der Partner gibt Stellung dazu oder umgekehrt. Und so entwickelt sich dieses Gespräch immer weiter fort. Und sich das tatsächlich zu gönnen und sich das zu erlauben und auch keine Berührungsängste davor zu haben, weil es gibt viele Partner, die wehnen dann, mein Gott, wenn ich jetzt ein Gespräch führe, dann könnte das eskalieren. Dann könnten wir streiten, dann könnte das außer Rand und Band geraten, dann könnte das außer Kontrolle geraten und dann tue ich das lieber nicht. Also ich kenne eine Menge Leute, jetzt gerade natürlich auch Klientel in der Psychotherapie, die das immer wieder bestätigen und sagen, oh Gott, da fürchte ich mich davor, weil es ist ein paar Mal passiert, dass wir dann Streitereien bekommen haben oder dass Forderungen von Seiten der Partnerin gestellt wurden und so weiter. Und davor haben viele Menschen Bedenken oder gar Ängste und dann tun sie das eher nicht. Und das ist sehr bedauerlich. Also ich weiß nie, was aus einem Gespräch rauskommt. Das ist ja das Tolle bei einem freien Gespräch, einem natürlichen Gespräch. Es kann eben dort enden, es kann woanders enden, es kann seinen Lauf finden, es kann immer wieder andocken, was auch immer es ist. Das ist ja das Freie daran, dass es sich entwickeln kann, wie es möchte oder wie es dann möglich ist. Also diese natürlichen Gespräche bestehen tatsächlich darin, dass man miteinander redet. Ich nehme eine Stellung, sie nimmt Stellung, er nimmt Stellung und meine Gedanken, die ich habe, die mir einfallen, die teile ich mit und umgekehrt. Und das ist eine Gesprächskultur, die, das würde ich an dieser Stelle tatsächlich sagen, in uns Menschen geradezu veranlagt ist. Deswegen haben wir Sprache entwickelt und deswegen haben wir Sprache gelernt. Und diese Sprache, die erproben wir dadurch immer wieder. Oder vor allen Dingen, was wir tun, sind ja Zustände, die wir im Leben erleben, die wir erfahren haben, denen einen Ausdruck zu geben, einen sprachlichen Ausdruck zu geben im Dialog, im Miteinander-Dialog, im Austausch. Und wenn wir dann Worte dafür finden oder auch versuchen zu finden, das ist ja oft auch ein Versuch, das ist ja keine Vollkommenheit, das ist ja nicht etwas Lyrisches oder Posages, sondern wir sind da mehr oder minder unbeholfen oder auch gut darin, das ist egal, aber wir suchen in dieser Art von Eloquenz einen Ausdruck. Und wenn wir einen Ausdruck finden, dann ist es gut, wenn wir ein Gegenüber haben, das diesen Ausdruck, den wir persönlich gefunden haben in unserer Möglichkeit, tatsächlich auch annimmt. Das heißt, das Gegenüber, die Dialogpartnerin, der Partner nimmt diesen Ausdruck des anderen Menschen an, wie auch umgekehrt, wie auch ich dann eben von dem anderen Menschen angenommen wird. Und das macht Gespräche so toll, das macht sie so interessant, weil mein Ausdruck, mein Output wird vom anderen angenommen und er macht daraus seinerseits wiederum etwas, was ich annehme und so geht das eben hin und her. Ja, das kann natürlich ein harscher Diskurs werden oder ein harte Diskurs werden, den man auch durchsteht und hält und sich nicht gekränkt fühlt oder verletzt fühlt, sondern es hat einfach so diesen Fortgang gefunden. Das kann mal angeregter sein, das kann mal langsamer sein, das kann in der Art sein, dass es sehr beschaulich ist, dass es vielleicht nur geflüstert ist oder dass es mit starken Emotionen verbunden ist, wie Traurigkeit beispielsweise und dann hat es einen Ausdruck. Und ich denke, wenn wir das immer wieder zulassen, was, ich möchte es nochmal betonen, natürlicherweise tatsächlich immer in uns veranlagt ist und was geradezu ein Bedürfnis ist, was Menschen haben, ein Bedürfnis, sich auszudrücken gegenüber einem anderen Menschen. Und wir erleben das im Internet und in den sozialen Netzwerken, es ist ein starkes Bedürfnis, sich immer wieder ausdrücken zu wollen und deswegen posten wir und posten wir und wissen gar nicht, kommt das wirklich an beim anderen und wie und wir haben die Hoffnung, dass es so ist. Aber das Natürliche ist ja eigentlich, diese Dialogpartner immer wieder zu haben. Es ist egal, ob es der gute Bekannte ist, sein Freund, die Partnerin, wer auch immer und diese Gespräche dann möglich sein zu lassen, wo man sich dann schon darauf freut und sagt, komm, heute Abend treffen wir uns und sind in diesem Gartenlokal oder wir sitzen in der Wohnung oder im Wald oder wir gehen joggen und zwischendurch, wenn wir Pause machen, dann reden wir miteinander und darauf freut man sich schon. Das ist so ein toller Ausdruck, den man hat und da kann man Stellung nehmen zu diesem und jenem, zu Gott und der Welt und zu einem selber. Es geht ja nicht immer auch um das Persönliche oder das menschlich Problematische in der Freundschaft, im Bezug, in der Bekanntschaft, sondern ich kann ja über Gott und die Welt reden. Das ist ja das Tolle daran. Es gibt mir ja niemand die Themen vor. Ja, also zwanghafte Themenvorgaben sind immer auch schwierig, sind manchmal notwendig und wichtig, aber sie sind durchaus auch problematisch, sondern ich kann ja von dem reden und von jenem reden. Da fällt mir ein in dem Zusammenhang, ich hatte mal einen Freund auch, das war eine gute Freundschaft auch und das hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass wir von Gott weiß was geredet haben, aber nicht von den eigentlichen Konflikten, jetzt wenn ich das konfliktmäßig bezeichne, also psychotherapeutisch, also unter einem psychotherapeutischen Blick bezeichne, nicht von den Konflikten, die wirklich da waren, sondern von diesem und jenem. Und wir sind dann oft auseinandergegangen und haben also wirklich über, was weiß ich, Technik geredet oder Motorräder oder Biersorten und hatten wirklich anregende Gespräche bei diesen Treffen und die Konflikte, die jeder von uns hintergründig hatte, wegen denen man hätte eigentlich auch sprechen können, die haben wir nicht besprochen, aber die haben sich trotzdem gelöst. Es war gar kein Bedürfnis mehr da, da nochmal extra irgendwo den Konflikt anzugehen, jetzt vielleicht auch mit einer Fachperson wie einer Psychotherapeutin oder Psychotherapeut, sondern es hat sich dadurch, dass wir einfach einen Ausdruck miteinander dialogisch gefunden haben, erledigt. Und ich denke, um das mal ganz salopp zu sagen und profan zu sagen, viele Männergespräche und auch Frauengespräche gehen in diese Richtung, die tauschen sich über Gott weiß was aus, aber nicht über das eigentlich Konflikthafte und die Konflikte sind trotzdem auch gelöst oder die haben nicht mehr eben die Schwere oder die Schwierigkeit, Schwierigkeit, weil man einfach immer wieder im Ausdruck war, im Sprachausdruck war. Und das ist letztendlich dann vielleicht auch die Funktion von Tratsch und Klatsch und all diesen Sachen, weil wir dies als Menschen immer wieder brauchen, tatsächlich Dialogpartner zu haben, mit denen wir in dem Sinne reden können und Gespräche haben können. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles im Leben. Und das ist geradezu unser natürlichster Ausdruck, also auch noch bevor wir vielleicht malen oder eine Skulptur machen oder Bilder machen oder Töpfern oder sonstige kreativen Ausdrücke zu haben, ist unsere Sprache, unser Reden, unser Redefluss, unser dialogischer Redefluss, das Natürlichste, was da ist. Also lasst ihr immer wieder diese Anlässe nicht zwanghaft aufsuchen, sondern sie entstehen natürlicherweise bei jedem Biss essen oder beim Spaziergang oder wenn man gerade eine Arbeit zusammen macht, also irgendwas im Haushalt, was ansteht. Und dann ergibt sich da ein Gespräch. Ich denke immer noch gerne daran zurück, wenn meine Eltern diese Gespräche hatten und wir saßen als Kinder hinten im Auto und sie haben sich über viele Dinge unterhalten und es war sehr angeregt. Die hatten wirklich eine gute Ehe, auch weil sie eben diese Gesprächskultur tatsächlich immer wieder aufrechterhalten haben und miteinander im Dialog waren. Und es sei noch mal gesagt zum Abschluss, egal welches Thema das ist, die Themen ergeben sich natürlicherweise, die assoziieren sich natürlicherweise, die sind einfach da. Es gibt immer Anlässe, es gibt Kulturanlässe, es gibt wie gesagt Reparaturanlässe im Haushalt oder Gott weiß was. Also nutze diese Gesprächsdialog-Situation, das ist etwas ganz Entscheidendes im Leben. Also nutze diese Gesprächsdialog-Situation, das ist etwas ganz Entscheidendes im Haushalt.